Hallo meine lieben Freunde. Genau so, okay. Hallo meine lieben Freunde. Und willkommen zu was auch immer. Ist langweilig. Deswegen Anime-Memes. Okay, was haben wir denn hier alles? Okay. Okay, jetzt schauen wir uns den Schluss an. Und was ist das? Wisst ihr was? Wir schauen uns keine Memes an. Wir spielen jetzt einfach Minecraft. Das kann ich keine Relaten. Fucking hell. Wir spielen jetzt auch kein Minecraft. Oh, es sollte doch keiner so schlecht die Idee sein. Der ist der Meme geladen. Der Meme ist da. Ich wäre halt so zu faul ein Meme zu machen. Alter. Es hat sich geöffnet. Es hat sich geöffnet. Es hat sich auch geöffnet. Dann sind wir tot. Yes. Yes. Fuck. W- Wait, wait, wait. Lege dich hin. Um eine Pause zu machen. Okay, nein. Hab ich doch irgendwas installiert? Du musst dich mir jegliche Scheiß wieder runter. Bitte. Irgendeine Version. Du hast mich heute schon enttäuscht geguckt. Vielleicht wäre dann doch eine Runde Ruße ganz gut zum runterkommen. Aber eine Runde Mania. Das wird ja wohl nicht so schlimm sein. clamp lang. Ich kann mich jetzt machen. 1 Eternity Later Ok, hab ich noch irgendwas interessiert von meinem PC, was ich zeigen könnte, aber... Nein! Das passiert also, wenn man keine spannenden Memes findet... Das war dann wohl ein sehr spannendes Video von mir... Auf nimmerwiedersehen... Bitteschwein... Bitteschwein... Bitteschwein...